Musik Aufgabe 10 Schreiben Sie eine E-Mail an Touristeninformation in Frankfurt. Sie wollen im Juni nach Frankfurt fahren. Bitten Sie um Informationen über die Sehenswürdigkeiten. Sie möchten in einem Hotel übernachten. Schreiben Sie 40 Wörter. Aufgabe 10 Schreiben Sie eine E-Mail an Touristeninformation in Frankfurt. Sie wollen im Juni nach Frankfurt fahren. Bitten Sie um Informationen über die Sehenswürdigkeiten. Sie möchten in einem Hotel übernachten. Schreiben Sie 40 Wörter. Sehr geehrte Damen und Herren, im Juni will ich mit meinen Freunden Urlaub in Frankfurt machen. Wir wollen Frankfurt besichtigen und wir möchten dort im Hotel übernachten. Können Sie mir bitte Informationen über die Sehenswürdigkeiten und Hotels in Frankfurt schicken? Herzlichen Dank. Mit freundlichen Grüßen. Aida Seno Sehr geehrte Damen und Herren, Im Juni will ich mit meinen Freunden Urlaub in Frankfurt machen. Wir wollen Frankfurt besichtigen und wir möchten dort im Hotel übernachten. Können Sie mir bitte Informationen über die Sehenswürdigkeiten und Hotels in Frankfurt schicken? Herzlichen Dank. Mit freundlichen Grüßen. Aida Seno Aida Seno Aida Seno Aida Seno Aida Seno Aida Seno Aida Seno